Hallo, wir sind wie mit Bayonetta 2 in der Hölle angekommen. Echt komfuße Geschichte. Drei Möge wurde in Wien gelegt. Ob ihre Mutter hinzubringen oder alle Hexen. Voll strange. Was der kleine Locker für einen Job hat, fragt mich. Was soll jetzt die Hölle sein? Ja. Was ist das? Da wird man nicht nur. Wird mal nicht so gut. Was ist das? Ja, das ist das. Ja, das ist das. Oh, da ist ein Drachenviech da vorne. Jetzt muss ich dort nicht durchfliegen oder eben nicht. Das geht nicht. Die blaue Ringer sollte sich versammeln. Jetzt ist die Tür. Heftig, heftig, heftig. Verlierer Energie. Krass. Trotzdem noch auf. Nicht so etwas eckliger. Auch nicht, wenn das Feuer ist. Oh, ecklig. Du hast zwei Monatieren. Sehr. Du hast zwei Monatieren. Sehr. Sehr. Das ist schon. Das Beinzli attackiert. Jetzt kommt die Krabbeln los. Oh, da haben wir geliehen. Ich glaube, das wird hier vernehmt. Oh, mori. Du verlierst. Raff 9. Trätsspinnen. Jetzt hat er mich verrutscht. Und ausleuchen. Ausleuchen. Und jetzt drei. So eine Spinne hier. So eine Spinne hier. Schau. Schau. So eine Spinne hier. Und die. Und dann über. Schau. Geht mal das Auge auf. Schau mal die Eier. Schau mal die Eier. So eine Spinne hier. So eine Spinne hier. So eine Spinne hier. So eine Spinne. So eine Pflanze. So eine Höllenpflanze. So eine Art Pflanze. So eine Höllenpflanze. So eine Spinne hier. Ekelhaft. So. Kommt jetzt in den Shop. Aber auch noch nicht 100'000. Ich lasse mich hier durch. So eine andere. Das ist mirartig. das ist Der kommt gerade hin, muss man schnell hintereinander nehmen. Das ist ein Scheintruder. Aufmerksamkeit. Seelenparasit. Das ist richtig Illach. Da hat er kraftig eine U Fräse da Und der siegt Der Verraskönig hat mich verzoomt Jetzt ist die Frage, komm ich jetzt nicht zu dieser Kiste her, die ich da vorhin sehe Von hier bin ich auch, oder? Ja Meist auf der rechten Seite so ein Schatz Wer ist denn da oben? Kann ich auch nicht rauf? Doch doch Ja 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 Oh Was kommt denn da? Zwei von denen Ja 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 Sie sind jetzt nicht die gleiche. Andere Füge sehen wir mal, sie sind Parasiten. das hat ein relaxer Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr, ich habe es nicht mehr. Ich hätte ja trotzdem mal einen Shop sollen, bekomme ich vielleicht mal noch etwas für diese komischen roten Dinge. Ich hätte ja auch einen Schnaukel roten. Du bist Heiro, ich bin Item. Kommt, geh mal zurück. Das wäre doch cool. 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 Das wäre 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 cool. Ich habe hier ein Gehirn. Janne ist dort. Das ist ein Gehirn. Du sagst doch nicht, was du zu machen? Das ist nicht so, dass du dich auf dem Gehirn verletzt. Aber du kannst dich nicht nur den Gehirn. Untertitelung. BR 2018